Hallo liebe Freunde und Freunde des Brettspiels, ich bin André und ich begrüße euch ganz herzlich bei Auf den Tisch, meinem YouTube-Kanal zu allem rund um Brettspiele. Heute schaue ich mir mit euch Call to Adventure an und das kommt jetzt auf den Tisch. Hallo und damit nochmal herzlich willkommen zu Auf den Tisch, heute mit Call to Adventure von Chris und Johnny O'Neill. Das Spiel ist erschienen bei Brotherwise Games, die Leitung beim Grafikdesign hatte Matt Packett. Das Spiel ist für 1-4 Personen, dauert ab 60 Minuten und wird ab 13 Jahren empfohlen. Und darum geht es in Call to Adventure. In Call to Adventure entwerfen wir unseren eigenen Helden oder unsere eigene Heldin. Wir schauen, wo kommt er her, was treibt ihn an und was ist auch das Schicksal, was er oder sie vielleicht erfüllen wird. Im Laufe der Story, die wir durchleben, eignen wir uns neue Fähigkeiten an. Wir überwinden schwierige Herausforderungen, besiegen mächtige Gegner und treffen auch auf Alliierte. Das Spiel setzt dabei nicht auf Würfel, sondern auf Runen, die geworfen werden. Und am Ende schaut man natürlich, wer hat die meisten Siegpunkte über seine Heldentaten sammeln können. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt über das Material und den Ablauf des Spiels an. Hier seht ihr den Spielaufbau für Call to Adventure. Wir haben hier in der Mitte die Matte liegen. Die war, glaube ich, Kickstarter-exklusiv. Die konnte man dazu bestellen. Die ist aber tatsächlich nur optisches Beiwerk. Sie ordnet das Spielmaterial ganz nett, ist aber sonst wirklich rein optional. Wir haben hier die drei Stapel der drei Akte gemischt. Wir haben hier die Antihelden und die Heldenkarten. Wir haben unsere Erfahrungspunkte bereitgelegt. Die Runen stehen hier bereit. Jeder Spieler hat ein Spielertableau bekommen, wo man hier die Virtue-Leiste hat. Die gucken wir uns gleich natürlich noch genauer an, genauso wie das andere Material auch. Hier kommen dann später die verschiedenen Karten hin. Und hier unten hat man nochmal einen kleinen Überblick über die verschiedenen Symbole auf den Runen. Auch das schauen wir uns natürlich später nochmal genau an. Die Spieler haben außerdem zwei Origins, zwei Motivations und zwei Destiny-Karten erhalten, sowie eine Heldenkarte für den Start. Von den drei Typen sucht man sich jetzt gleich jeweils eine aus. Die Destiny-Karte bleibt dabei verdeckt. Warum, das schauen wir uns jetzt an. Gucken wir einfach mal hier bei diesem Spieler, welche Karten er hier auf die Hand bekommen hat. So, fangen wir an mit der Origins-Karte. Die gibt uns immer zum Start schon mal ein paar Runen, auf die wir zugreifen können. Wie das mit den Runen dann auch gleich funktioniert, gleich dazu noch mehr. Und auch noch so eine kleine Grundfähigkeit, wo wir hier zum Beispiel jedes Mal, wenn wir einen Alliierten bekommen oder hier ein bestimmtes Story-Symbol, auch dazu gleich mehr, bekommen wir nochmal zwei Erfahrungspunkte. Die sind so eine kleine Ingame-Währung. Die braucht man, um verschiedene Effekte auszulösen. Aber sie sind auch jeweils einen Siegpunktwert am Ende des Spiels. Deswegen kann man die entweder sammeln oder auch immer wieder ausgeben. So, oder hier würde man, wenn mindestens eines dieser Runen-Symbole erscheint bei einem Test, würde man einen Erfahrungspunkt bekommen. Also soweit zu unserer Origin. Die Motivation, auch hier geht es nochmal um so kleine Fähigkeiten. Hier zum Beispiel, wenn man eine Herausforderung bei eins oder weniger schafft, bekommt man noch einen Siegpunkt zusätzlich, beziehungsweise einen Erfahrungspunkt, den man eben auch später einsetzen kann, wenn man da die entsprechenden Fähigkeiten oder auch Karten für hat. Oder mit dieser Karte kann man einen Erfahrungspunkt ausgeben, um eine zusätzliche Charisma-Rune zu bekommen. Auch das ganz praktische Sachen. Und zu guter Letzt halt unsere Destiny-Karte. Bei den Destiny-Karten geht es immer nochmal darum, wie man am Ende des Spiels zusätzliche Siegpunkte erhalten kann. Hier zum Beispiel beim Hero of Destiny müsste man jede Rune einmal bei sich haben. Dann bekommt man neun Punkte am Ende extra. Oder als Force of Darkness wird man dafür belohnt, dass man wirklich tief in Boshaftigkeit abgestiegen ist, in die Dunkelheit. Und auch nochmal extra Punkte dafür bekommt, dass man entsprechende Pfade beschritten hat. Und hier unsere Heldenkarte sehen wir hier auch schon mal. Zu den Heldenkarten sage ich natürlich auch gleich nochmal was. So, wir würden jetzt hier unsere Karten natürlich am besten so abstimmen, dass die gut zueinander passen, wenn das funktioniert. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen mal hier den Siedler als Origins-Karte und Bound by Honor als Motivation. Und ich glaube, die Force of Darkness passt nicht so gut zu uns. Deswegen nehmen wir den Hero of Destiny. Die Spieler suchen sich ihre Karten alle gleichzeitig aus. Die Origin- und Motivation-Karte werden dann aufgedeckt. Die Destiny-Karte bleibt, wie gesagt, dann eben verdeckt. Und dann haben wir noch unsere Startkarte als Heldenkarte. Auch der Spieler sucht sich hier natürlich entsprechend die Karten aus, aber das machen wir jetzt einfach mal hier random. Auf dem Virtual Track wird jetzt noch der Marker hier auf die neutrale Position gelegt. Und dann kann es tatsächlich auch schon mit der ersten Runde losgehen. Für die erste Runde werden dann jetzt die Karten aufgedeckt vom ersten Akt. Auf die können die Spieler jetzt zugreifen. Im Spiel mit vier Personen würde man auch noch eine fünfte Karte hinlegen. Aber hier gehen wir mal von weniger aus. Der Aufbau funktioniert übrigens unabhängig von der Spieleranzahl gleich. Also egal, ob man zu zweit oder zu viert spielt, bis halt auf die eine Karte, die zusätzlich bei den Akten aufgedeckt wird. Aber sonst funktioniert alles gleich, außer im Solospiel und im kooperativen Spiel. Das zeige ich euch aber an dieser Stelle erstmal nicht. Zu Spielbeginn wird jetzt entschieden, wer anfängt. Sagen wir mal, dieser Spieler würde anfangen. Er hat jetzt die Möglichkeit, auf eine von diesen Karten zuzugreifen. Das ist im Grunde genommen so unsere Hauptaktion, die wir machen können. Und er hat da erstmal zwei verschiedene Möglichkeiten von Karten. Wir haben hier zum einen Trades, also so Fähigkeiten. Bei denen geht es immer darum, eine bestimmte Voraussetzung zu erfüllen oder auch manchmal einfach nur etwas durchzuführen. Also würde man diese Karte haben wollen, würde man einen Schritt hier in Richtung Dunkelheit gehen und bekommt dann noch zwei Erfahrungspunkte und nimmt sich die entsprechende Karte. Aber ich glaube, das passt nicht so gut zu unserem Charakter. Aber hier mal als Beispiel für einen Trade. Oder hier hätten wir noch den Trade. Die Karte kann man sich nur nehmen, wenn man entweder schon eine Stärkerune hat oder einen Erfahrungspunkt ausgibt. Da ist also auch relativ leicht dran zu kommen. Das könnte zum Beispiel dieser Spieler gut machen, weil er hat als Sailor schon eine Stärkerune bei sich. Aber ich glaube, dieser Spieler wird jetzt einfach mal versuchen, eine Herausforderung zu bestehen. Herausforderungen funktionieren immer so. Wir haben hier einmal den Titel der Herausforderung. Welche Runen für den Test erlaubt sind. Welche Schwierigkeit der Test hat. Und dann hat man zwei verschiedene Pfade. Wenn man diese Herausforderung annehmen will, muss man sich vorher für einen der Pfade entscheiden, den man gehen will. Wir könnten ja zum Beispiel dunkle Geheimnisse lernen oder auch verborgenes Wissen entdecken. Und je nachdem, welchen Pfad wir vor der Herausforderung wählen, bekommen wir dann halt am Ende eine Belohnung. Hier hätten wir also einmal eine Intelligenzruhne und die Geschicklichkeitsruhne, die wir nutzen können. Wir haben hier in unserem Feld nur die Intelligenzruhne. Deswegen, wir versuchen mal diesen Test. Dafür nehmen wir uns die drei Standardruhnen. Die haben auf der einen Seite jeweils einen Erfolg. Zwei davon sind auf der Rückseite leer. Und auf dieser Seite, wenn man diese Rune bekommt, bekommt man entweder eine Helden- oder eine Anti-Heldenkarte. Neben unseren Standardrunen bekommen wir jetzt eben noch die Runen, die für die Herausforderungen zulässig sind. Hier also Intelligenz- oder Geschicklichkeitsrunen. Wir haben halt eine Intelligenzruhne. Die nehmen wir uns hier entsprechend raus. Die Spezialrunen haben jeweils eine Seite mit einem Erfolg. Und eine mit dem entsprechenden Runensymbol. Das gibt dann auch gleich zwei Erfolge. Ja, und die Runen, die wirft man jetzt einfach und guckt, welches Ergebnis man hat. In diesem Falle haben wir nur einen Erfolg. Das ist leider ein bisschen dünn. Und wir bekommen eine Helden- oder Anti-Heldenkarte. Wir nehmen uns mal eine Heldenkarte. Aber die Herausforderung haben wir leider verloren. Das heißt, die Karte wird abgelegt. Wir bekommen aber als kleine Entschädigung immerhin einen Erfahrungspunkt. Und der ist ja halt entweder ein Siegpunkt wert. Oder wir können ihn später nochmal für verschiedene Spieleffekte ausgeben. So, die Runen räumen wir wieder weg. Und der nächste Spieler ist dran. Es wird natürlich vorher noch aufgefüllt. So, hier haben wir nochmal eine Sonderkarte. Das sind die Alliierten. Wenn Alliierte gezogen werden, werden sie einfach der nächsten Herausforderung hinzugefügt. Das ist jetzt gerade die einzige, die hier ausliegt. Diese Herausforderung ist jetzt um eins schwieriger. Man hätte jetzt also eine Schwierigkeit von fünf. Man müsste also fünf Erfolge bei dem Runenwurf haben, um diese Herausforderung zu schaffen. Man bekommt aber, wenn man es schafft, dann auch die Alliiertenkarte mit dazu. Und die geben einem Story-Symbole. Die sind wichtig für Siegpunkte. Das gucken wir uns dann gleich noch an. Und die Alliierten bringen auch immer noch eine kleine Fähigkeit mit sich. So, nun ist immer noch ein Feld frei. Also ziehen wir noch eine Karte nach und legen die hier passend dazu. Der zweite Spieler ist jetzt dran. Und der hat sich überlegt, er nimmt sich die Tapferkeit. Denn die Stärkerune hat er schon. Da braucht er also nichts für ausgeben. Im Falle von Fähigkeiten, also den Trades, legt man die einfach hier drunter unter die erste Karte. Die ersten drei Karten, die man bekommt, werden unter die Origins-Karte gelegt. Die zweiten drei Karten, die man bekommt, werden unter die Motivation gelegt. Und die letzten drei Karten, die man gegebenenfalls noch bekommt, werden unter die Destiny-Karte gelegt. Die Position ist eigentlich egal, aber es hilft so ein bisschen, dabei die Übersicht zu behalten. So, decken wir die nächste Karte auf. Der zweite Spieler ist dran und überlegt sich jetzt, was kann er machen. Und er versucht sich nochmal an einer Herausforderung. Wir haben hier den magischen Test. Wir können Charisma und Intelligenzrunen einsetzen. Die Intelligenzrunen haben wir ja immer noch. Und er wird den unteren Pfad versuchen. Denn, wie wir ja nur wissen, haben wir hier den Hero of Destiny. Und das heißt, wir wollen alle Runen mindestens einmal sammeln, damit wir am Ende noch unsere Bonuspunkte bekommen. So, eine Herausforderung mit einer Schwierigkeit von vier hat gerade schon nicht so gut funktioniert. Deswegen geben wir jetzt einen Erfahrungspunkt aus und holen uns dafür eine dunkle Rune. Man kann maximal drei Runen sich für jeweils einen Erfahrungspunkt kaufen. Und die haben auf einer Seite einfach einen Erfolg. Und auf der anderen Seite eine dunkle Rune, die ist zwar zwei Erfolge wert, aber sie führt uns auch auf den Weg der Dunkelheit. Das heißt, wir würden hier einen Schritt auf den Virtual Track nach unten gehen. Was das für Auswirkungen hat, das erzähle ich euch gleich noch. Aber wir bekommen jetzt diese Rune. Wie immer die drei Standardrunen und wieder die Intelligenzrunen. Und werfen diese. Ja, und auch diesmal hatten wir Pech. Leider nur drei Erfolge. Nehmen wir aber einfach mal an, wir hätten diese Rune geworfen. Jetzt hätten wir die vier Erfolge voll gemacht. Das heißt, wir können uns zum einen die Karte nehmen und unter unsere Origins-Karte packen. Ab sofort haben wir jetzt halt auch Zugriff auf eine Charisma-Rune. Und wir bekommen außerdem gleich auch noch eine Anti-Helden-Karte. Da wir aber eben eine dunkle Rune geworfen haben, gehen wir hier einen Schritt nach unten. Hier auch gleich jetzt einfach der Blick auf den Virtual Track. Und dafür schnappe ich mir nochmal hier ein Spielertableau, um euch das besser zeigen zu können. Die Position zeigt halt an, wo man gerade steht. Am Ende des Spiels würde man entsprechend Siegpunkte erhalten. Also wenn wir an dieser Stelle stehen, sind es zwei Siegpunkte. An dieser Stelle sind es auch zwei Siegpunkte. Allerdings dunkle Siegpunkte. Die können halt anderweitig auch nochmal aufgegriffen werden. Manche Karten geben einem nochmal extra Punkte dafür, dass man solche Symbole auf seinen Karten hat. Und es zeigt vor allem auch nochmal an, was für Helden- oder Anti-Helden-Karten man ausspielen kann. In diesem Bereich hier oben kann man Heldenkarten ausspielen. Und in diesem Bereich kann man Anti-Heldenkarten ausspielen. In diesen Bereichen sind es halt beide. Da ist man etwas flexibler, sag ich mal. Aber wenn man erstmal so den Weg in Richtung Dunkelheit beschritten hat, kommen Helden natürlich nicht mehr an die eigene Seite. An dieser Stelle vielleicht auch gleich noch den Blick auf die Helden- und Anti-Heldenkarten. Helden- und Anti-Heldenkarten können je nach genauem Kartentext gespielt werden. Meistens aber einfach in der eigenen Runde. Meistens erstmal vor Tests, weil da macht es am meisten Sinn. Es gibt aber auch ein paar Karten, die kann man spielen, wenn vielleicht ein Test misslungen ist. Und es gibt auch Karten, die kann man sogar in den Zügen der anderen Spieler spielen. Hier haben wir zum Beispiel mal Comrade in Arms. Hier kann man einem anderen Spieler einen Siegpunkt geben, also beziehungsweise einen Erfahrungspunkt. Dafür bekommt man einen Schritt in Richtung Licht und vor allem auch zwei automatische Erfolge für den nächsten Versuch, den man macht. Also für die nächste Herausforderung, die man versucht. Das ist tatsächlich eine ganz praktische Sache. Und das Schöne ist, wenn man Helden- oder Anti-Heldenkarten ausgespielt hat, geben sie einem am Ende des Spiels auch noch einen Punkt. Solange sie nur auf der Hand sind, bringen sie einem da erstmal nichts. So, also da gibt es ganz verschiedene Effekte. Wir haben hier nochmal die Anti-Heldenkarte. Die haben natürlich immer etwas düstere Effekte. Und ja, hier bekommt man einen automatischen Erfolg, wenn man einen dunklen Pfad beschreitet. Also einen Pfad, der wie hier, auch wenn das jetzt eine Fähigkeitenkarte ist, hier so einen dunklen Siegpunkt hätte. So, wenn da halt eine Herausforderung entsprechend das bei sich drauf hat, bekommt man da automatisch einen Erfolg dazu, wenn man diese Karte ausgespielt hat. Und sollte es auch noch ein Pfad der Villainy sein. Wir gucken uns jetzt gleich auch noch die verschiedenen Story-Symbole an. Dann bekommt man nochmal zwei zusätzliche Erfolge. Ja, und wie alle anderen Helden- und Anti-Heldenkarten, wie gesagt, alles was man ausgespielt hat, ist ein Siegpunkt wert. Ja, an dieser Stelle einfach nochmal der Blick auf die Karten. Also neben den Runen, die wir als Belohnung dazu bekommen können, oder Anti-Heldenkarten, oder es gibt das gleiche natürlich auch mit Heldenkarten, wollen wir hier vor allem auch die Story-Symbole einfangen. Die Story-Symbole geben uns am Ende des Spiels einfach nach ihrer Anzahl Punkte. Für zwei gleiche Story-Symbole gibt es zwei Punkte, für drei gleiche gibt es vier Punkte und für vier gleiche Story-Symbole gibt es sogar acht Punkte. Darüber hinaus dann nichts mehr. Also würden wir hier zum Beispiel von der Villainy mehrere Symbole sammeln, können wir da Punkte sammeln. Oder hier, das ist Divinity, auch da können wir entsprechend Punkte sammeln, wenn wir so über den Verlauf des Spiels hinweg diese Symbole sammeln. Dabei ist wichtig, dass auch auf unseren Karten, die wir hier bereits ausgewählt haben, hier Story-Symbole sein können. Hier zum Beispiel der High Arcanist, der hat hier entsprechend auch schon ein Story-Symbol. Also da könnte es sich für diesen Spieler auch durchaus lohnen, die schon weiter zu sammeln. So, kommen wir zur nächsten Runde. Es wird wieder eine Karte aufgedeckt. Eine Möglichkeit, im Zug aktiv zu sein, haben wir uns jetzt noch nicht angeguckt. Und das ist Journey. Man kann einen seiner Erfahrungspunkte abwerfen, um eine der Karten, die gerade ausliegen, von den aktiven Akten abzuwerfen. So, wenn man zum Beispiel sagt, da ist gerade gar nichts dabei, was ich machen kann. Oder Sachen, wo ich befürchte, dass die jemand gleich nimmt und das für den richtig, richtig gut sein kann. Kann man dadurch halt einfach loswerden. Sagen wir zum Beispiel, wir wollen jetzt hier diese nicht mehr haben, weil die bringt uns nichts. Da können wir nichts mit anfangen. Und dann wird die nächste Karte aufgedeckt. Und jetzt könnten wir halt wieder schauen, was wir für eine Karte aussuchen, um sie uns entweder als Fähigkeit zu nehmen oder als Herausforderung anzunehmen. Und das geht jetzt nach und nach so weiter. Ich füge jetzt einfach mal nur so ein bisschen beliebig die Karten hinzu. Er würde sich jetzt hier noch diese Fähigkeit bzw. diese Herausforderung schnappen. Und sobald, das wäre wieder ein Allietter, wenn ein Allietter gezogen wird und gerade keine Herausforderungen da sind, unter die der gelegt werden könnte, dann wird der Allietter einfach direkt abgeworfen und weiter gezogen. Noch ein Allietter. Das passiert ab und zu schon mal. So, und wenn dann irgendwann ein Spieler drei Karten unter seiner Origins-Karte hat, dann beginnt der zweite Akt. Das wird natürlich auch noch im ersten weiter aufgefüllt. Es können jetzt ab sofort alle Spieler, auch die, die selber noch nicht genug Karten im ersten Akt gesammelt haben, auch auf die Karten des zweiten Akt zugreifen. Die sind natürlich alle etwas schwieriger. Also man hat hier höhere Schwierigkeitsgrade. Also zum Beispiel eine Herausforderung mit Schwierigkeit fünf bzw. sogar sechs, wenn man den unteren Fahrt nimmt, weil der ist dann nochmal um eins schwieriger. Das gibt es bei vielen Herausforderungen, dass da ein Teil etwas schwieriger ist als der andere. So, aber alle können jetzt darauf zugreifen und hier entsprechend auch die Karten sammeln. Die Karten können natürlich auch deutlich mehr Punkte wert sein. Und es gibt jetzt hier auch noch eine neue Art von Karte. Und das ist hier der Adversary. In diesem Fall der Crime Lord funktioniert genauso wie eine Herausforderung. Sprich, wir müssen hier mindestens sechs Erfolge erzielen und können dabei Charisma und Geschicklichkeitsrunen mit einsetzen und bekommen dann am Ende des Spiels vier Siegpunkte dafür und eine weitere Charisma-Rune, auf die wir Zugriff haben. Aber die Adversaries haben auch immer noch eine Fähigkeit. Und zwar ist es hier so, wenn man nur einen Schritt Dunkelheit hat, das wäre hier noch der Fall, oder weniger, bekommt man direkt einen Erfolg gegen diesen Gegner, weil der ist halt böse, der ist düster und da können wir als Helden, die eher gut eingestellt sind, halt besser gegen kämpfen. Ja, und das geht jetzt so weiter, bis ein Spieler neun Karten unter seinen Karten gesammelt hat und damit eben das Spielende einläutet. Alle anderen Spieler haben dann noch einen Zug, also haben auch nochmal die Möglichkeit, eine weitere Karte einzusammeln. Und am Ende werden dann die Siegpunkte berechnet. Und das schauen wir uns dann jetzt noch an. Bevor wir allerdings dazu kommen, noch ein ganz kleines Detail, weil das ist tatsächlich etwas, was man beachten muss, gerade so am Anfang. Man kann bis zu drei Runen eines Typs für einen Test gleichzeitig benutzen. So, jetzt sehen wir zum Beispiel diesen Test. Hier können wir ja Stärke- und Geschicklichkeitsrunen einsetzen. Wenn das dieser Spieler machen würde, er hat ja hier tatsächlich drei Stärke-Runen. Dann nimmt er sich auch alle drei. Eine vierte Stärke-Rune würde ihm jetzt nichts bringen, weil es gibt keine vierte. Und wir haben halt immer zwei Runen bei diesen Spezialrunen, die einen Erfolg zeigen und zwei Erfolge auf der Rückseite. Die andere Rune, die ist jetzt nochmal hier so durch so kleine Punkte markiert, die hat eine Seite mit zwei Erfolgen. Und auf der anderen Seite ist kein Erfolg. Aber in diesem Falle bekommt man einen Erfahrungspunkt, wenn man dieses Symbol wirft. Und bei den anderen Runen können hier zum Beispiel bei der Geschicklichkeitsruhne bekommt man eine Anti-Heldenkarte. Bei der Konstitutionsruhne bekommt man auch einen Erfahrungspunkt. Bei Charisma ist es auch eine Anti-Heldenkarte. Und bei der Intelligenz und bei der Weisheitsruhne bekommt man jeweils eine Heldenkarte. Also da muss man so ein bisschen drauf achten. Das heißt, so diese dritte Rune, die ist nicht mehr ganz so automatisch ein Erfolg, sondern kann eben verschiedene Extra-Effekte bringen. Kann aber auch eine sehr, sehr praktische Sache sein. So, nun aber zur Endabrechnung. Am Ende des Spiels könnte unser Spielertableau jetzt so aussehen. Wir haben es tatsächlich geschafft, neun Karten insgesamt zu sammeln. Es kann auch manchmal sein, dass man mit nur acht Karten aus dem Spiel geht, wenn jemand anders das Spielende einläutet und man es selber in der eigenen letzten Runde nicht mehr schafft, eine Karte zu bekommen. Aber hier sagen wir mal, dass wir das Maximum erreicht haben. Es wird jetzt natürlich zur Berechnung noch von jedem die Destiny-Karte aufgedeckt, sodass man da die Punkte überprüfen kann. Was ist jetzt alles Siegpunkte wert? Am einfachsten nehmen wir uns jetzt erstmal die Erfahrungspunkte. Die sind jeweils ein Siegpunkt wert. Also haben wir hier schon mal drei Punkte. Auf dem Virtual Track müssen wir schauen, auf welcher Stufe wir am Ende stehen und bekommen hier entsprechend Siegpunkte. Ob das dunkle oder helle Siegpunkte sind, ist für die reine Anzahl der Siegpunkte erstmal völlig egal. Es gibt aber eben manche Sachen, die sich darauf beziehen, zum Beispiel wie viele dunkle Siegpunkte man hier in seiner Story gesammelt hat. So, für uns ist es aber hier vier Punkte wert. Wären wir noch einen Schritt weiter in Richtung Dunkelheit gegangen, hätten wir hier keine Punkte mehr bekommen. Und ganz unten hätten wir sogar vier Punkte abgezogen bekommen. Also so ein Stück weit ist man flexibel, ob man gut oder böse spielt, aber halt nach ganz oben ist es lohnenswert. Da gibt es sogar acht Punkte. Dafür wird man halt relativ selten auf die dunklen Runen zurückgreifen können, aber nach unten hin wird man auch ein klein wenig bestraft. Vielleicht, weil man sich auch das Leben zu einfach gemacht hat. So, dann zählen natürlich einfach alle Punkte, die auf den Karten selbst direkt draufstehen. Manchmal ist das halt auch schon bei unseren Motivation Karten zum Beispiel der Fall, aber auch bei verschiedenen Destiny Karten können da schon direkt Punkte mit drauf sein. So, dann schauen wir auf unsere Destiny Karte. In unserem Falle will die Karte, dass wir alle sechs Runen gesammelt haben. Das haben wir geschafft. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Runen. Das haben wir. Das heißt, hier bekommen wir nochmal neun Punkte für. Für die letzten beiden Schritte schauen wir jetzt noch zum einen, was haben wir für Punkte bekommen von den Helden- und Anti-Helden-Karten. Das sind hier insgesamt fünf Stück, weil die haben wir ausgespielt und bekommen dafür Punkte. Und zu guter Letzt schauen wir dann jetzt noch auf die Story-Symbole. Die haben immer so eine kleine inhaltliche Sache auch. Also hier geht es um Gerechtigkeit, hier geht es um Natur, hier geht es um Bösartigkeit. So, da kann man verschiedene Sachen sammeln. Und dann wird jetzt einfach geguckt, wie viele haben wir davon gesammelt. Wir haben zum Beispiel drei Gerechtigkeitssymbole gesammelt. Das heißt, wir bekommen dafür vier Punkte, weil für drei gleiche Story-Symbole gibt es vier Punkte. Wir haben ein Natur- und ein Bösartigkeitssymbol gesammelt. Für die bekommen wir leider keine Punkte. Hätten wir hier immerhin noch ein zweites gesammelt, würden wir dafür noch zwei Punkte bekommen. Und hätten wir bei Gerechtigkeit noch eins gesammelt, hätten wir dafür sogar acht statt vier Punkte bekommen. Also auch da kann es sich lohnen, da so die Sets zu sammeln. Alles zusammengerechnet gibt dann unsere Gesamtpunktzahl. Und derjenige, der dann hier die meisten Punkte gesammelt hat, ist der größte Held bei Call to Adventure. Und damit kommen wir zu meinem Fazit zu Call to Adventure. Call to Adventure gefällt mir persönlich richtig gut. Ich glaube aber tatsächlich, es kommt ein wenig darauf an, was man für ein Spielertyp ist. Ich tauche unheimlich gerne in eine Geschichte ab. Bei mir geht auch sofort eigentlich Kopfkino los. Eigentlich fast egal in welchem Spiel, aber gerade dieses Spiel ist wirklich prädestiniert dafür, dass man sich immer wieder auch so überlegt, wie könnte mein Held damit jetzt umgehen? Welche Herausforderungen nimmt er an? Wie läuft das alles ab? Und das funktioniert für mich einfach sehr, sehr gut. Wer da nicht so richtig gut eintauchen kann und wirklich nur auf die pure Mechanik achtet, der wird vielleicht Call to Adventure nicht ganz so großartig finden. Ich weiß zum Beispiel ein Kumpel von mir, der hat sehr damit gehadert, dass er einfach ein bisschen Pech hatte bei dem, was so ins Spiel kam. Denn je nachdem, welche Runen man jetzt so für sich zur Verfügung hat, welche Helden- oder Anti-Heldenkarten man eben auch zieht, kann es halt manchmal sein, dass man in so eine kleine Sackgasse gerät, dass keine Herausforderung gerade so richtig zugänglich für einen ist. Und die Entschädigung, wenn man eine Herausforderung nicht schafft, einen Erfahrungspunkt zu bekommen, ist halt schon nicht das Gleiche, wie wenn man tatsächlich die Karte bekommt. Und auch wenn man einmal pro Runde für einen Erfahrungspunkt, der halt auch ein Siegpunkt ist, eine Karte rausschmeißen und dafür eine neue ziehen kann, ja, gleicht das manchmal nicht so richtig aus, wenn man halt einfach ein bisschen Pech hat bei dem, was an Karten kommt. So, Glück ist aber auch in anderen Spielen ein wichtiger Faktor. Deswegen ist das für mich ja auf jeden Fall kein K.O.-Kriterium. Und das Spiel funktioniert einfach mechanisch sonst auch ganz gut. Und gerade halt auch der Kniff, anstatt auch Würfel auf diese Runen zu setzen, ist wirklich eine sehr nette Abwechslung, die auch einfach passabel funktioniert. Und ich glaube, am Ende ist es kein großer Unterschied, ob man jetzt gewürfelt hat oder die Runen wirft, sondern es bietet einfach noch so ein bisschen mehr Immersion, ein bisschen mehr Eintauchen in das Spiel. Besonders gut gefällt mir bei dem Spiel auch das Artwork. Die gesamte Optik vom Spiel ist wirklich wunderschön. Das Artwork, unmittelbar auf den Karten, gibt es her, dass man sich unheimlich gut was darunter vorstellen kann, aber es lässt auch so viel offen, dass man immer seine eigene Geschichte dazu spinnen kann. Zum Beispiel sind so Gesichter nie so ganz scharf zu erkennen, sodass man da halt immer mit seinem eigenen Helden oder seiner eigenen Heldin auch weiter dran arbeiten kann. Auch die unterschiedlichen Punktemöglichkeiten, die man im Laufe des Spiels hat, sind sehr gut machbar. Ich finde, man kann entweder sehr gut auf die Story-Icons setzen, man kann viel mit den Erfahrungspunkten arbeiten, man kann einfach unmittelbar Siegpunkte sammeln über die Karten. Da kann man einfach immer drauf achten, sowas passt da einfach besser rein. Und auch die Schicksalskarte darf man da halt nicht außer Acht lassen. Und auch so zu schauen, gehe ich jetzt Risiko ein und hole mir noch dunkle Runen dazu und drifte dann vielleicht in die Dunkelheit ab. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Mechanik und die passt auch inhaltlich einfach richtig gut dazu. Drei kleine Problempunkte muss ich an dieser Stelle noch schnell einschieben. Das eine ist, dass das Material nicht immer ganz so hochwertig ist. Es ist zwar sehr schön gestaltet, aber sowohl die Karten sind nicht das allerhochwertigste Material und auch die Spieler-Tablos hätten ein bisschen dicker sein können. Und ehrlich gesagt habe ich mir auch die Erfahrungspunkte im Vorfeld ein bisschen hochwertiger vorgestellt. Ist aber kein großer Beinbruch, das funktioniert alles trotzdem sehr gut. Der nächste Punkt ist, das Spiel gibt es leider nur auf Englisch. Das heißt, wer mit Englisch so gar nicht klarkommt, der wird mit dem Spiel wohl seine Probleme haben. Es ist nicht viel Text, den man wirklich lesen können muss, aber so ein paar Stellen sind halt eben schon dabei. Und soweit ich das weiß, ist bislang auch noch keine deutsche Version geplant. Der dritte Punkt, und das ist vielleicht noch der schwerwiegendste, den ich ja anfügen muss, ist, dass das Spiel wahrscheinlich etwas schwierig sein wird zu bekommen. Denn ich habe bislang tatsächlich nur einen deutschen Händler gefunden, bei dem es gelistet ist. Und da auch nur Vorbestellungen mit noch nicht final bekannten Erscheinungsterminen. Bei Brotherwise Games ist das Spiel direkt auch gerade ausverkauft. Also da wird man schauen müssen, dass vielleicht nochmal eine zweite Auflage kommt. Vielleicht, wenn die bereits mehr oder weniger terminierte Erweiterung, die bereits mit dem ersten Kickstarter finanziert wurde, dann auch erscheint. So, im Gesamtfazit muss man einfach sagen, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was man für ein Spielertyp ist. Steht man so auf dieses Narrative, taucht man da sehr gut drin ein? Oder schaut man wirklich nur auf die Mechanik und aufs Punkte maximieren? Und ich glaube, im letzteren Falle ist es ein bisschen schwierig, mit dem Spiel zu arbeiten. Mir persönlich gefällt es aber richtig, richtig gut und deswegen meine Empfehlung zu Call to Adventure. Und damit kommen wir zum Schluss von dieser Folge von Auf den Tisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video einen Daumen hoch da und gebt mir ein Abo, um auch zukünftig keine Videos zu verpassen. Falls ihr eine Frage zu Call to Adventure habt oder auch eine eigene Meinung zum Spiel, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was kommt denn bei euch so auf den Tisch? Bis zum nächsten Video, folgt mir gerne auch bei Facebook und bei Twitter. Bis dahin sage ich bis bald und ciao.